Ah, wo kommen die jetzt wieder alle her? Wow! Also dann, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde in die Siedler-Fraktion. 4, ja 6, in dem ich dieses Spiel broadcaste. Wahnsinn! Und ja, wir machen weiter in den Punnischen Kriegen, Mission 3. Und wir waren da gerade dabei, uns gegen die ganze Welt zu verteidigen, so gefühlt. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Wollte gar nicht aufhören das letzte Mal. Und jetzt hängt das Spiel. Was ist das denn? Hallo? Hä? FPS 0. Ah, jetzt. Lol? Ja, und wir werden auch immer noch angegriffen, offensichtlich. Boah, wie ich gerade schon wieder Formation ziehen will, ne? Wie im neuen Siedler. Dabei, die Beta war nur 4 Tage. Ich hab schon voll drauf eingestellt. Naja. Was nicht heißen soll, dass das neue Siedler gut wäre oder sonst irgendwas. Oha, da kommt aber viel an. Ich hoffe, ich hab... Es ging ja hier nur drum, den Maid so ein bisschen zu covern, ne? Dass der ein bisschen geschützter ist. Deswegen, ich halt hier auch die Türme, solange es geht. Aber ich sollte gucken, dass wir die Schwerter raushalten. Ich weiß auch gar nicht, warum ich schon Schwerter produziere. Hat mir noch keiner verraten. Ich hab mir ein paar Rucksäcke dabei. Eigentlich schlecht. So, und das Gute ist, er kommt mit viel Blech, ne? Und... Oh, leck mich doch am... Uh. Ja, ich will halt wegen... Wie gesagt, ich hab auch einen Save-Turm in dieser Mission. Den hab ich aber noch nicht ausgereizt, weil... Der Trottel mir hier Land einnehmen will. Ganz fies. Oh, das sieht böse aus. Jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir noch Siedler? Ja, wir haben noch Siedler. Produzieren wir Waffen? Ja, wir produzieren Waffen. Wir gehen auf... Nicht auf Blech, wir gehen auf Zweier. Guckt, dass ihr da Truppen dazu hinbringt. Oh, der rennt jetzt drüber. Ui, 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 ui. Boah. Scheiße. Was war ich denn jetzt? Von wegen easygoing, ey. Volt kriegt man ja nur von dieser Insel hier, per Schiff. Da kommt irgendwie auch nicht mehr so viel an, ne? Hat der Hafen ein Limit von... Keine Ahnung. Ich weiß... Ich keine Ahnung, wie die Häfen funktionieren. Da hab ich noch nie... Da blickt wahrscheinlich auch keiner durch. Ach komm, wir müssen ihm ein bisschen helfen hier. Haut mit drauf. Es hilft ja nichts. Solange da noch ein paar Wikis mitkämpfen, schießen wir auch mit drauf. Die Rucksäcke ballern mit rein. Los, Feuer. Wir sind hier auf Land von unserem Mate. Also haben wir auch 100 KK, meine ich. Solange sie sich da oben am Turm kabbeln, können wir vielleicht hier unten ein bisschen... Die Schwerter, ey. Das hat doch keinen Sinn. Boah. Es geht ja in der Mission ein bisschen um Kriegsführung, ne? Und so. Wenn ich das Briefing noch richtig im Kopf hab. Kriegsführung und so, hab ich's ja nicht so oft. Scheiße. Konnten wir ein bisschen was... Ja, es hat sich auf jeden Fall ein bisschen verteilt, zu meinem Glück. Diese Riesenarmee. Oh Mann, ey. Aber ihr seht schon, da oben... Zieht euch zurück. Gut. Wir könnten jetzt auch Blech drücken, ne? Das ist wahrscheinlich sogar sinnvoll jetzt. Ich hab genug Siedler. Vielleicht schauen wir noch, dass auch noch welche Siedler nachkommen. Vor lauter. waspbrainter? Er... .. ... ... Kämpft, Trojaner, kämpft. Okay, mein Mate ist... Der ist tot. Auch wenn er auf den Sack geht, dann tut er mir natürlich trotzdem noch. Oh, 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 oh. Oh, keine Truppen mehr. Kills haben wir was angerichtet. Ah, das schon. Oh, die Kelten. Meine Mates haben auch gut weggeräumt. Es war halt viel Blech dabei, ne? Oh, jetzt bitte sagt, dass da nicht mehr viele Schwertkämpfer sind. Also hier ist keiner mehr dabei. Das ist gut. Das ist nur ein General. Den Turm verliere ich offensichtlich. Wo bleibt die Verstärkung? Ran an den Turm. Los. Haben wir Steinminen? Kohle? Hier ist nur Kohle drauf. Ja, 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 ja. Okay, also wir sind erst mal autark. Autark? Was rede ich da? Müssten uns vielleicht auch irgendwann mal um die Wirtschaft kümmern. Aber so ist das halt im Krieg, ne? Wirtschaft. Hat man sich beim neuen Siedler auch gedacht. Wirtschaft. Oh, kein Mensch. Da kommt zu wenig Gold, liebes Boot. Das ist absolut kacke. Kann man zwei auf eine Handelsrude... Boah, das traue ich mich gar nicht, ne? Das traue ich mich nicht. Das ist so verbuggt. Auf jetzt. Boah, eigentlich, wenn ich hier so viele Schwerti dabei bekomme, ich nehme den Turm ein. Die stressen ihn richtig. Müssen aufpassen, dass die nicht hier runterkommen. Aber noch alles fein. Noch alles fein. Nee, lass mal den Turm. Viel zu viele Schwerti. So. Vorhin habe ich noch gelacht, dass er nur mit Blech kommt. Jetzt komme ich auch noch mit Blech. Vielleicht sollte ich echt meinen... Hi, Freaky, übrigens. Vielleicht soll ich echt meinen Mate draufgehen lassen, damit ich an seinen Goldberg rankomme. Nein, for a second. Ach, genug Kohle. Alles noch gut momentan. Die Steinmetze sind GG. Deshalb hatte ich auch noch ein paar eine Steinminen gebaut. Aber das passt schon. Vielleicht noch ein Steinlager. Aber noch Sensen. Nein, nee. Tatsächlich. Werkzeugschmiede. Sie werden angegriffen. Ach was. Gar nie aufgefallen. Halte mal, wir gehen da lang. Falls ich hier irgendwo Bogenschützen habe, dürfte ich in die Türme rein. Das ist weg. Also, wir sind jetzt da rüber. Diese Flanke wird gehalten Wenn es das letzte ist, was ich tue heute Weil Dann gehe ich ins Bett Na, Handelsschiff? Ist doch lächerlich, ey Hey, Schösten Feuer Ey, der tut hier seine Türme zurückerobern Nice Mach nur Ich habe kein Gold Soll ich Ziehobjekte bauen? Ja Warum auch nicht Vielleicht wird ja irgendwann mal eins fertig So, mal sechs Stück hingesetzt Und leidet ihr alle? Ja, ich leide mit Ich leide mit Jawohl, hol deine Türme zurück Nice Ich guck, dass die nicht zu dir kommen In der Zeit Kev meiner KI Also mit Stein war es das Naja Wir können Ah, natürlich nicht Wohnhäuser Wo noch was rauskommt Wir können aber mal Definitiv Wohnhäuser reisen Aber sowas von Zurück, zurück, zurück Schwertis? Keine Schwertis Was macht denn der Einsame Siedler da? Ah, du bist ja lost, ey Okay Ihr dürft schon alle mitschießen Hol deine Türme zurück, ey Komm schon Warum lässt er hier So wird das nichts mit Land zurückerobern Dumme KI Kreuz und quer holst du Hol doch mal einen Turm wieder zurück Oder wie? Weil halt zufällig die Patrouille Da lang gelatscht ist Also irgendwie Plan ist nicht dahinter Bei mir auch nicht So, den noch Und dann gehen wir wieder Komm jetzt Da Hier sind Schwertis Also holt den Turm Krass Was kommt da jetzt wieder alles? Alter Ich hab gedacht Ich hätt's Gehalten So weit sind wir offensichtlich Hier noch nicht Hallo Kevin Eieieiei Sieht böse aus Kevin, wie war das Turnierspiel? Habt ihr gewonnen? Sah gut aus Wo ich mal vorhin reingeguckt hab Habt euch nämlich gerade einen Turm gekrallt Jo Kevin im Loser-Tracket Dass ich das noch erleben darf Scheiße Scheiße Jetzt verliere ich sie Hat das was gebracht? Hat er jetzt hier irgendwie Ah, die kann der halt auch nicht mehr cover, ne? Ah, blöd Jetzt muss ich mich irgendwo sammeln Wo hab ich denn noch Scheiße Vielleicht mal hier auf dem Berg Übel sprach der Dübel Übel sprach der Dübel Lauft ihr alle? Lauft ihr alle? Ja, ihr lauft Lauft ihr auch alle? Okay, wir bauen mehr Waffen Aber die Das Gold Das ist doch so scheiße, ey Oh, 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 oh Das war aber auch schon anders Die größten oder den größten Stinkstiefel sind mir ja glaube ich endlich los So Komm, wir holen wieder die Türme zurück Jetzt Stressen, stressen, stressen Wenn der stresst Dann können wir das auch Wir gehen gleich hier rüber Ach, da ist auch noch ein Turm Verstehe, verstehe, verstehe Den nehmen wir natürlich on the fly mit Und besetzen ihn Besetzen Besetzen ihn nicht Mein Mäd ist eh tot Das hat keinen Wert mehr Aber die hier Versuch mal wieder zu halten Das hat ihn gut gestresst Der gehört mir schon Der geht jetzt aber hier durch Eine haut lila weg Ach, Scheiße So Mir fehlen Spitzhacken offensichtlich Den reißen wir auch weg Und holen uns den großen Turm da oben So So Und ihr stresst Jetzt mal hier ein bisschen Ah, doch Ihr habt schon Naja Fünf Schwertis Immerhin Höert mir? Hallo? Höert niemand? Ach Gott Der gehört meinem Verbündeten Okay Okay, alles klar Den kann ich nicht einnehmen Ja, laufst du hier nur schön an den Türmen vorbei Auch nicht schlecht Aber viele Schwerter haben wir nicht Ich bin nicht Ich bin nicht Aber wir können Dreh mich Ich bin nicht Ich bin nicht Und dann Ich bin nicht Ich bin nicht Ich bin nicht Ich bin nicht Das ist eine coole Mission. Hat was. So, lebt Lida noch oder nicht? So ein bisschen lebt er sogar noch. Geht mal da weg. Ach, war doch alles kein Sinn. Kämpft. Ohne Schwerter. Ohne Schwerter. Die Schwerter, die können wir eigentlich mal irgendwie zum Move ausholen. Da oben. Da hier. Ja, natürlich. Wo hast du denn die jetzt wieder alle ausgegraben? Wenn ich auf meiner Landesgrenze stehen würde, ne? Ein bisschen mehr Kampfkraft und so. So, ich weiß. Ich weiß. Habt ihr eigentlich Ziehobjekte gebaut? So, ihr dann hier auch noch dazu. Schön weitermachen. Und ihr. Den hat sich... Okay. Den hat sich Lila gekrallt. Auch nicht der schlechteste? Ist halt Blech, ne? Was willst du machen? Hi, Domi. Grüß dich. Auf geht's, wir brauchen Verstärkung. Langsam bricht's hier so ein bisschen. Den Bogenschütz noch weg und dann Rückzug. Weg. Oh, da kommen ein paar Schwerter. Das ist gut, aber die nehmen wir auch für was anderes. So, Lila, alles gut. Orange muss weg. Bögen und Katapulte hoch, hoch, hoch. Okay, den haben wir auch. Okay. Okay. Es kehrt mal ein bisschen Ruhe rein. Geil. Okay. 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 Das mit den Wasserwerken ist ein bisschen unglücklich. Okay. 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 und die nächste Welle. grün ist ja auch Gegner, weg damit. Das macht die Rasen hier hinten, ne? Ah, wo kommen die jetzt wieder alle her? Wow. Verteidigt diese Türme, Leute. Mit Nachos und Käse. Oh, jetzt kriege ich Hunger, ey. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. So, auch ihr jetzt hier zum Verstärken da hoch. Den kann man auch reißen. Hier nix halten irgendwie. Lila, kannst du noch? Ja, du hast sogar, du bildest sogar noch Truppen aus, du Tier. Aber es wird dünn hier langsam. Ich bin halt auch zahlenmäßig... Oh, was ist hier passiert? Da muss ich wahrscheinlich hin. Schon gedacht, da wäre ein Teleport-Zauber gewesen oder sowas. Puh, 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 puh. Na, Mobus, Willi, alles klar, haben wir verloren, habe ich gehört. Wie geht's, wie steht's? Kann passieren. Der kann mal verlieren. Vor allem gegen Kevin. Holt die Türme wieder. Let's go. Aber ich sollte die schon alle reißen, ne? Der gehört mir nicht. Der wird aber ein bisschen verteidigt. Oh, jetzt kommt er von hinten. Geht, geht, geht. Ja, hol ihn dir wieder. Kostet dich alles ein bisschen Zeit. Spiel hier nur auf Zeit. Die Kurven gehen merklich runter bei allem. Passt schon. Hallo, Kathrina. Grüß dich. Jetzt kann ich dann auch den Turm... Das hat er mir den Gefallen getan und den Turm da oben eingenommen. Dann kann ich ihn mir jetzt auch holen, ne? Ich kille mal wieder die da vorne. Jetzt haben wir aber keine Schwertis. Doch, ein bisschen Schwertis sind noch da. Ist aber auch wurscht. Ob es doch die drei Türme hier stehen. Die sind wichtig. So. Dann könnten wir... Vielleicht könnten wir auch hier... Haben wir nicht... Wir haben doch hier... Ich könnte doch... Ich mach hier... Ich mach auf der Insel eine Goldschmelze. Haben wir hier Kohle. Wir haben keine Kohle, ne? Ah, nee. Geht nicht. Okay, geht nicht. Ich hab gedacht, ich könnte die Zielobjekte vielleicht auch easy hier hin bauen. Dann geht's schneller. Oh, ohne Kohle ist GG. Die werden auch nicht fertig. Ne, ne, ne. Da wird gar nichts fertig. Okay, das klappt hier nicht. Auf geht's. Hol die Türme, hol die Türme, hol die Türme. Und ihr passt auf. Aber jetzt haben wir auch die 100kk endlich erreicht. Gott sei Dank. Und ihr passt hier. Der Passager derived. ông gesinnt. Und das ist r closer.